Sie töten Polizisten, sie legen sich mit der Unterwelt an, sie fürchten niemanden, aber das sollten sie. Wesley Snipes. US-Schatzamt. Diesmal hat es einen von uns erwischt. Danny war mein Freund. Wesley Snipes ist ein Cop, der langsam überkocht. Keine Haare, keine Fingerabdrücke, überhaupt nichts. Wir brauchen verdammt viel Zeit für diese scheiß Beweise. Und wenn er jemandem seine Rechte vorliest, Du pustest ihn um, Ende der Geschichte. Dann zum letzten Mal. Ich will, dass Sie mir eins versprechen. Behalten Sie den Kopf oben. Drehen Sie nicht durch, es geht alles streng nach Vorschrift. Ja, und ich verspreche noch Wasser. Ich bringe ihn in die Grube. Streng nach Vorschrift. Wesley Snipes. Dennis Hopper. Boylan Point. So und nicht anders.